Gute Neuigkeiten für alle Fans von Steffen Henssler, 44. Erst gestern bestätigte der TV-Koch die Gerüchte, dass es keine weitere Staffel von Grill den Henssler mehr geben wird. Ganz von Bildfläche wird der Zuschauerliebling allerdings nicht verschwinden, er wechselt nur den Sender. Laut Quotenmeter.de soll Steffen dann bald bei Saat.1 zu sehen sein. Doch wie kam es zu dieser Entscheidung? In einer Vox-Presse-Mitteilung heißt es von dem ungekrönten Koch King, ich denke, nach zehn erfolgreichen Staffeln ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um Tschüss zu sagen. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist und mehr geht einfach nicht. Leicht wird ihm der Abschied aber bestimmt trotzdem nicht fallen. Schließlich hat er mit Grill den Henssler seit 2013 echte Erfolge gefeiert. In insgesamt 63 Koch-Wettbewerben hat er es ganze 48 Mal geschafft, seine prominenten Gegner zu besiegen. Für diese Momente ist er extrem dankbar. Ich bedanke mich bei dem Sender Vox und der Produktionsfirma Edv Studios Germany, die mir die Möglichkeit einer eigenen Show gegeben und immer an den Erfolg geglaubt haben. Bevor er aber zu neuen Ufern aufbricht, wird er in drei Sommerspecials nochmal alles geben. Los geht es ab dem 20. August um 20.15 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.